So, hallo ihr Lieben, ich bin im Fitnessstudio und ja, wisst ihr, ich liebe es einfach den Sport zu machen, mich auszupowern, an meine eigenen Grenzen zu gehen und das ist immer wieder cool und gerade einfach die Herausforderungen, sich immer wieder weiterzuentwickeln und jeden Tag die eigene Bestform aufs Neue herauszustellen. Das ist das Coole, einfach immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Step by Step, stellt euch einfach mal eine Treppe vor und da geht ihr jeden Tag eine Stufe höher und das ist cool und da habe ich mal vom Will Smith einen Spruch gehört und zwar ging der so, ich verbessere mich jeden Tag, also so nach dem Motto und außerdem hat er auch gesagt, es gibt nur Plan A, Plan B lenkt mich nur von Plan A ab. Und das finde ich total cool nach dem Motto zu leben und sich jeden Tag einfach seiner Bestform zu stellen und mit dieser Art in den Spiegel zu schauen, das macht das Leben aus und das ist so wunderbar, deswegen habt einen ganz tollen Tag und das ist euch richtig gut gehen. Ich trainiere jetzt noch ein bisschen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und in der Mitte freuen wir uns über ein Abo von euch. Ganz genau und am Sonntag sagen wir wieder, also die Energietakstelle sagt dann wieder, Hi und Hallo! Tschüss!